Und in Berlin begrüße ich jetzt Anja Mayer vom Fokus. Frau Mayer, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Diskussionen um Anteile des Hafenverkaufs in Hamburg. Von einer Abhängigkeit in die nächste könnte man ja denken. Erst waren wir abhängig vom russischen Gas, jetzt geben wir Schlüsselindustrie an China ab. Haben wir hier in Deutschland nichts gelernt? Ja, das könnte man meinen, würde ich auch sagen. Also wer schon mal Monopoly oder Siedler von Katar gespielt hat, der weiß eigentlich, dass man diese strategischen Punkte im Spiel der Mächte sozusagen nicht aus der Hand geben sollte. Jetzt ist es aber so, wir sehen gerade, dass es in der Ampel rumpelt, übrigens wieder mal, und dass es offensichtlich in die Richtung geht, dass die Anteile Chinas am Hafen immer geringer werden. Das ist ja jetzt so der Lauf der Dinge in dieser Woche. Aber man hat doch manchmal den Eindruck, dass wir hier in Deutschland unsere Wirtschaftsbeziehungen über politische Beziehungen, über politische Korrektnis stellen. Oder ist das nur ein subjektiver Eindruck, den man gewinnen könnte? Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube aber, die Bedingungen dafür haben sich geändert. Also während es früher sozusagen, ich sage es mal ein bisschen grob, Profitmaximierung war, geht es jetzt eigentlich um den Erhalt der deutschen Volkswirtschaft. Das ist, glaube ich, das Thema, das hinter all dem steckt. Also es geht nicht mehr nur um Wachstum, sondern um Erhalt der wirtschaftlichen Stärke und Kräfte. Und da ist die deutsche Bundesregierung quasi äußerst pragmatisch. Also was wir früher als Handel durch Annäherung mal, was wir noch kennen von ganz früher mit dem Ostblock, ist jetzt sozusagen eher, Leute, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren und dass uns nicht die Firmen aus dem Land gehen und auch die Investitionen stoppen. Und das hört man jetzt allen Teilen hier gerade in Berlin, dass Politikerinnen und Politiker des Deutschen Bundestages häufig erzählen, dass Investoren sagen, wir werden jetzt nicht investieren in Deutschland, weil es einfach die Lage hier so angespannt ist gerade, also energiepolitisch. Das ist woanders natürlich auch so. Aber Deutschland hat natürlich hohe Standards in Bezug auf Arbeitnehmerrechte und so weiter. Und da scheint es jetzt gerade so zu sein, dass die deutsche Bundesregierung versucht zu halten, was sie halten kann und zu kriegen, was sie kriegen kann. Donald Trump, wir erinnern uns alle noch, hat den Begriff geprägt America first oder US first. Und in Italien ist jetzt so eine ähnliche Bewegung mit der neuen Ministerpräsidentin Meloni. Die sagt ja auch Italy first und spricht von dieser Nation, nicht mehr von diesem Land, sondern es gibt jetzt diese Nation. Ist das eigentlich ähnlich in Deutschland? Wir trauen uns das nur noch nicht so auszusprechen mit Germany first? Also ich glaube, wir können, also das trauen sich schon Parteien auszusprechen, insbesondere eine, die AfD, die hat ja kürzlich gerade eine Großdemonstration in Berlin angekündigt unter dem Motto Unser Land zuerst. Und das ist, glaube ich, da muss man gar nicht so gut Englisch können. Das ist exakt die Übertragung dessen, was die Trump-Administration vorangetrieben hat viele Jahre und wodurch sie auch ihre Macht erhalten hat, nämlich Teilen, die Gesellschaft zu spalten und die Leute dazu auch zu ermutigen, auch ein bisschen mal kaltherziger zu sein gegenüber anderen, die vielleicht Not haben oder die Hilfe brauchen gerade. Sie sind ja eine langjährige Beobachterin des politischen Berlins und überhaupt der politischen Landschaft in Deutschland. Jetzt traut sich ja zum Beispiel ein sächsischer Ministerpräsident zu sagen, sobald der Krieg vorbei ist, sollten wir wieder Gas aus Russland beziehen. Ist es eigentlich so, und Mützenich beispielsweise, der Fraktionsvorsitzende der SPD hat am Wochenende gesagt, wir müssen wieder mehr Diplomatie mit Russland wagen oder üben, hat da auch eine deutliche Kritik an die Außenministerin gerichtet. Leben uns die Politiker quasi dieses Germany first vor und sind auch verantwortlich jetzt beispielsweise für die vielen Proteste gegen beispielsweise zu hohe Energiepreise auf den Straßen? Naja, ich würde mal sagen, die Auswirkungen der Energiekrise sind ja jetzt schon spürbar. Also sie beginnen spürbar zu sein. Wir sind ja, glaube ich, noch gar nicht an dem Punkt, wo es jetzt wirklich richtig krass ist oder wo wir jetzt vielleicht mal in die Ukraine gucken sollten, wo die Leute wirklich Kälte erleiden und Stromknappheit und Wasserknappheit. Aber ich glaube, dass diese Politikerinnen und Politiker, also wie Kretschmer zum Beispiel, quasi die Leute versuchen abzuholen bei diesen Sorgen. Ich bin sehr im Zweifel, ob das funktioniert. Also wenn ein CDU-Ministerpräsident quasi das Geschäft der AfD erledigt, dann gibt es eigentlich keinen richtigen Grund mehr, bei der nächsten Wahl die CDU anzukreuzen. Schauen wir mal, wer recht hat. Ich muss auch sagen, ich habe durchaus Respekt davor, dass er ständig in diese Debatten reingeht. Stelle aber auch fest, dass Michael Kretschmer sich quasi offensichtlich überhaupt keinen Weg, keinen Millimeter bewegt. Da kann argumentiert werden, was auch immer. Da können Erfahrungen gemacht werden, wie auch immer. Er bleibt einfach, wo er ist. Also zum Beispiel zu ignorieren, dass es ja auch eine energiepolitische Wende in diesem Land geben soll. Also dass sozusagen Gas gar nicht mehr das Mittel der Wahl sein wird, das ficht ihn gar nicht an. Also er tut immer so, als wären wir jetzt hier immer noch in den 10er Jahren und müssten irgendwie mal so ein bisschen mit Moskau verhandeln. Schwierig. Wir wissen alle, dass Moskau gerade sehr aggressiv ist und auch einen riesigen Desinformationskrieg gerade führt gegen die Ukraine. Frau Mayer, es gibt ja so eine Art Reflex momentan in Berlin. Immer wenn es irgendwo teurer wird, wenn irgendwo es klemmt, wenn die Bürger protestieren, dann macht man die Schatulle auf, den Staatshaushalt nimmt auch Schulden in Kauf und sagt, gut, da machen wir eine Gaspreisbremse, da machen wir nochmal eine Sonderzahlung von 300 Euro. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Politik oder sollte man nicht den Leuten lieber ehrlich gegenübertreten und sagen, ja, die Dinge werden teurer, wir können uns weniger leisten? Ich glaube, man muss beides machen. Man muss sich ehrlich machen und die Realitäten nicht nur anerkennen und beackern, sondern sie auch benennen. Und insofern, ich finde es schon richtig, es kann nicht sein, dass irgendwie eine Rentnerin aus ihrer Wohnung ausziehen muss, weil sie jetzt plötzlich eine Energierechnung hat, die sie nicht mehr bezahlen kann. Wir alle gehen ja davon aus, dass dieser Krieg nicht ewig geht und dass es vielleicht auch diese Krise auch irgendwann mal endet. Ja, das können die Bürger sozusagen nicht ständig alles nachvollziehen. Das andere, was ich aber wirklich problematisch finde, ist quasi diese Päckchen werfen statt eines Pakets. Also ständig befindet sich ja die Bundesregierung in so einer Reaktionsspirale. Ja, also es passiert was, es wird so ein bisschen ungemütlich und dann werden wieder so ein paar Milliarden rausgezogen. Das, ich selber verstehe oft überhaupt nicht, was jetzt eigentlich gerade gilt. Einmalzahlung, Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Es ist wirklich verwirrend. Jetzt hat der Bundesfinanzminister auch gerade noch die Grundsteuer, will er jetzt die Grundsteuerlast senken für Arbeitnehmer. Das ist alles sicher nicht böse gemeint, eher im Guten, aber es ist wahnsinnig unübersichtlich. Also auch für uns Beobachterinnen und Beobachter, aber vor allem, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger. Das meint Anja Mayer vom Fokus in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.